Hi und herzlich willkommen zurück bei Green Hell. Hier schwimmt ein Fisch durch, ne zwei Fische sogar durch unsere Hütte. Aber gut, so bleiben sie immerhin frisch. Wäre cool, wenn man in so eine Art Wasserbecken oder so bauen könnte. Das wäre doch mal, das gebe ich mal weiter. So eine Art Tipp, wo man Fische dann in so ein Wasserbecken umpackt. Das wäre doch gut. Egal, wir wollten weiterhin eine Dusche bauen und dazu brauchen wir von hier drüben Lehmziegel und nehmen die jetzt auch mit. Wir bringen die da drüben zur Dusche. Boah, das ist ganz schön weit weg, das nervt ein bisschen. Egal. Und packen das da oben rein. Wie viel brauchen wir denn? Wahrscheinlich so viel, dass wir sogar noch einmal Leben machen müssen. Mal, wie es kurz hier ausschaut. Alles gut. So, dann nehme ich mal den Lehmziegel. Schmeiß den irgendwo hier kurz ab. Guck mal ja. Zack. So komme ich an die Asche ran. Super. Dann bin ich die jetzt auch endlich losgeworden. Ich kann das hier füllen und wir können es gleich wieder zu neuen Lehmziegeln umarbeiten. Wunderbar. Jetzt muss es nur noch regnen oder wir müssen uns künstlich bewässern. Machen wir aber gleich. Erstmal bringe ich den Lehm noch hier rüber. Zack. Das sieht doch super aus. Dann kommen wir uns mal hier hin und waschen uns einmal. Nicht, dass wir uns irgendwelche Parasiten einfangen. Das muss ja nicht sein. Da. Na komm. Noch einmal. Dann sind wir wieder ordentlich sauber. Oh Gott. Kleiner Frosch hier im Hals. Und dann laufen wir. Apropos Frosch. Da ist noch einer. Hallo. Müssen wir nur gucken, wo genau ging es hier nach oben. Zu dem, wo wir das letzte Mal. Genau. Hier haben wir die Holzscheite liegen lassen. Davon können wir nur drei nehmen. Okay. Dann nehmen wir die mit und bringen die hier hin, wo wir die anderen gesammelt haben. Zack. Das passt erst mal und dann. Ah. Hier liegen noch Stöckchen rum. Nehmen wir natürlich auch mit. Hier liegt ja eine Holzscheite auf dieser Lichtung. Okay. Wir waren doch aber noch Bäume zu fällen. Hier zum Beispiel. Der sieht doch gut aus. Zack. Baum fällt. So. Ein Holzscheit. Und der zweite ist. Hier. Okay. Bringen wir die auch erst mal zur Lichtung. Schmeißen die da drauf. Die können wir dann später holen. Die brauche ich ja jetzt nicht zwingend. Sammle hier den anderen Kram ein, der hier noch so rumliegt. Und dann will ich ja eigentlich nicht die Holzscheite haben, sondern die anderen Sachen. Hier haben wir aber auch wieder Lianen, die wir brauchen, weil wir die ja bei der Dusche oben verwendet haben. Ah. Okay. Das geht jetzt nicht mehr. Zack. Okay. Hier können wir noch kleine Stöcker gehen noch. Ja. Okay. Jetzt müssen wir nur gucken. Irgendwo muss ja jetzt hier auch die Großen. Da ist Nummer 1. Langer Stock. Das ist ja Nummer 2 dann. Okay. Ich packe den erst mal irgendwo hier. Ich glaube, da finde ich ihn wieder. Super. Nummer 2 ist irgendwo anders hingepurzelt. Und ich weiß nicht wo. Ah. Hier ist er. Gott. Jetzt finde ich den bestimmt, den ich hier hingelegt habe, nicht wieder. Doch. Super. Haben wir. Und würden jetzt einmal, hier ist noch so ein kleiner Baum, die Teile einfach hier runterbringen. Ähm. In den Matsch werfen. Und hier noch diesen Baum fällen. Weil dann haben wir wieder lange Stöcker. Ei, 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 ei. Der Frosch hier nervt mich immer noch. Okay. 1. 2. 3. Hier. Und dann ab nach Hause. Meißen das Ganze hier unten zu dem anderen Stock. Oh, ja. Okay. Okay. Passt. Ich nehme mal einen Schluck trinken. Gucken mal, wie sieht es dann so aus bei uns. Eigentlich ganz gut. Jetzt regnet es auch gerade. Das heißt, drüben wird wahrscheinlich der Lehm fertig. Ich müsste gucken, dass ich hier das noch esse. Dann esse ich hier noch ein bisschen Banane. Und schon ist alles ganz gut aufgefüllt. Sieht gut aus. Was ich demnächst dann wieder brauchen werde, ist Fett. Da müssen wir mal gucken, dass wir das von irgendwo noch holen. Wird schon hinhauen. Hier drüben gucke ich mal. Hier ist der Lehmmischer jetzt fertig. Und dann schön mit den Händen mal wieder in den Modder rein. Sodass wir aber hoffentlich dann unsere Dusche fertig bekommen. Nehmen wir die Lehmziegel mal mit. Und rennen hier drüben zu unserer Dusche. Mal kurz. Sieht aus, als wenn wir sechs Stück brauchen. Wir haben, glaube ich, nur fünf, oder? Wenn ich es richtig sehe. Ne, es könnte sogar hinkommen. Das wäre natürlich super. Drüben müsste aber ja auch unser Ofen dann, dieser Lehmofen demnächst fertig werden. Sodass wir darüber ja auch jede Menge Asche wieder kriegen könnten. Wieder zurück. Dieses Hin- und Hergelaufe nervt dann schon tierisch, dass man hier nicht mehr Sachen nehmen kann. Aber gut, so ist es nun mal. Wenn man hier so eine Dusche baut, dann verbraucht das Ganze eben auch relativ viel Zeit und Ausdauer. Und ja, so ist es halt in Survival-Situationen. Trinken wir hier ein bisschen was. Wobei, trinken war jetzt gar nicht mehr notwendig, ne? Ne, sieht eigentlich alles super aus. Bis auf das Thema Fette. Da kann ich dann vielleicht nochmal nach hoch, äh, hochgehen. Äh, hier den, den Kamm da oben hoch. Ob ich da noch, äh, Nüsse finde. Und jetzt brauche ich noch zwei Lehmziegel. Dann gucken wir mal, ob ich richtig gezählt habe. Ja. Perfekt. Hier sind genau noch zwei drin. So, dass wir am Ende des Tages, äh, die Dusche fertigstellen sollten. Das ist doch super. Ich finde, die passt hier auch ganz gut hin. Das sieht ganz cool aus. Sieht hier so ein bisschen, äh, aus, als wäre da so eine kleine, so eine kleine Wanne noch drunter. Wo wir uns die Füße, Füße waschen könnten. Das ist ja im Prinzip auch, äh, Asche unten. Die desinfiziert ja gleich. Das ist doch gut. Gucken, stößt es hier oben irgendwie gegen? Nö. So, und hier unten ist jetzt ein Bambusstock. Wer da rein gehört? Bambusstock nur, ja? Okay. Bambusstock sollte ja überhaupt kein Problem sein. Davon habe ich ja hier drüben noch jede Menge liegen. Ich muss nur gucken, dass ich hier ein bisschen Platz im Rucksack schaffe. Diese Bambushalterteile sind jetzt hier alle... Äh, Quatsch. Die Halter sind jetzt alle voll? Ne, der noch nicht ganz. Gut. Ein Bambusstock. Einmal zurück und den da rein. So, und jetzt müssten wir natürlich noch warten, dass es regnet. Weil sonst füllt sich unsere Dusche ja nicht. Der Regen war aber gerade, also... Wird das jetzt in den nächsten paar Minuten wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir können uns ja auch hier erstmal waschen. Haben jetzt aber schon mal eine Dusche. Super. Wird jetzt relativ schnell dunkel werden gleich. Ist die Frage, ob ich es noch schaffe. Der Lehmofen hier ist jetzt fertig. Okay. Gehe aber erstmal kurz hier hoch. Und guck mal, ob ich irgendwo vielleicht noch Nüsse finde. In der Zwischenzeit sammle ich natürlich noch so an Stöckern und Stöckchen ein, was ich finden kann. Hinten war... Sind diese komischen Tapir-Teile. Ich glaube, es waren Tapire, oder? Naja. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt wird es halt schon sehr schnell dunkel. Ihr seht das. Verdammt. Das ist natürlich jetzt schade. So werde ich hier nichts finden. Hier an diesen Teilen liegen oft Nüsse. Gut. Aber anscheinend nicht an diesen genau. Hier könnte man auch nochmal gucken. Ah, ne. Das ist eine Krabbe. Aber was ich mal nachschauen könnte... ...is... ...ob hier jetzt wieder Eisen drin ist. Ob das irgendwie respawnt. Ah. Da oben die Eisenader. Das sieht so aus, als würde die respawnen. Nur, dass ich die... Ah, jetzt habe ich sie getroffen. Jetzt ist meine Axt kaputt. Aber wir haben ja noch eine Axt da. Na. Komm schon. So schlägt der denn daneben. Ah. Okay. Jetzt hat er es erwischt. Wir haben... ...Eisen eingesammelt. Und können von hier aus jetzt wieder nach Hause gehen. Super. Vielleicht finden wir auf dem Rückweg doch noch eine Nuss. Werden wir mal sehen. Könnten uns auf jeden Fall aus dem... ...aus dem einen... ...äh, aus den Knochen, die wir vom letzten Mal noch haben, noch was zusammenbauen. Und ich gucke mal, habe ich noch Bananen? Hätte ich sogar noch. Okay. Nehme ich doch mal hier einfach... ...zwei Bananen mit. Mal kurz. Ich finde jetzt so eine Art Durchschnitt hier. Einen Tag 23, einen Tag 16. Okay. Muss ich also die essen? Ah. Okay. Ich weiß nicht, ob er immer die isst, die am wenigsten haltbar ist. Oder ob man darauf achten muss. Guck mal, vielleicht den Speer in die Hand. Wir sehen ja nicht viel. Da macht der Bogen wenig Sinn zur Verteidigung. Okay. Ich habe jetzt hier aber nichts gefunden an Nüssen. Gut. Dann sammeln wir hier die Stöckchen ein und so. Ah. Hier oben sind auch noch Früchte. Die brauche ich jetzt aber allerdings nicht einsammeln. Weil jetzt habe ich ja die Bananen, die uns Kohlenhydrate bringen. Brauche ich hier nicht die Früchte. Aber schön, dass die hier sind. Guck mal. Hier ist noch ein Baum, den ich sogar fällen könnte. Guck mal hier. Das ist doch auch so ein Teil, wo ab und zu Nüsse liegen, oder? Aber hier auch nicht der Fall. Ah. Hier ist noch einer. Ah. Ach schade. Ich dachte, da liegt gerade was. Hier liegen auch keine Nüsse. Okay. Dann ab nach Hause. Das ist eine Bananenpflanze. Hier liegen noch ein bisschen Sachen rum. Nehmen wir mit. Jetzt ist das kleine Stöcker auch wieder voll. Nochmal kurz hier drüben an dem Teil. Ja, guckt mal. Hier Nüsse an den Teilen. Wunderbar. Das eine Seil nehmen wir noch mit. Das können wir nicht mitnehmen. Da ist es jetzt voll. Okay. Dann haben wir alles. Können nach Hause. Können wir hier bei der Dusche auch kurz vorbeischauen. Ob die sich schon irgendwie gefüllt hat. Noch gar nicht. Na gut. Wir können aber auf jeden Fall hier... Ist auch alles voll hier, ne? Tja. Was machen wir denn jetzt mit den ganzen Sachen, die wir hier noch... Die wir eingesammelt haben mit dem ganzen Holz. Keine Ahnung. Ich schmeiß das mal irgendwo vielleicht hier drüben an die Seite. Ja. Okay. Immer noch einen großen Stein. Den lege ich mal zu der Steinsammlung hier nach vorne. Jetzt füllt sich auf jeden Fall die Dusche gerade. Und ich hatte Nüsse eingesammelt. Ich habe hier das Eisenerz. Könnten also mehr schmelzen noch. Aber ich würde sagen, erstmal haue ich mich kurz aufs Ohr. Und dann wäre die Frage hier... Dusche einschalten. Guckt mal. Ich mich da irgendwie drunter stellen. Und dann rieselt es da runter. Aha. Cool. Gefällt mir. So. Ich haue mich aber trotzdem erstmal aufs Ohr. Sodass aber auch ein bisschen... Licht wiederkriegen. Und hier unten sich unser Schlaf-Dingsbums auffüllt. So. Sehr gut. Da sind wir. Da ist unser kleiner Freund Anton. Alles gut. Wir müssen irgendein Feuer jetzt anmachen. Die Frage welches... Werkzeug, um Glut herzustellen. Dann stellen wir doch einfach mal Glut her. Komm her. Das ist ein Schlaf. Das ist ein Schlaf. So. So. Jetzt können wir das Ganze anzünden. Da unten wird jetzt entsprechend das Zeug zusammengepackt. Hier haben wir jetzt relativ viel... Wir haben zu viel Eisenerz. Ich muss mal das hier ein bisschen umpacken. So. Machen wir mal so. Und so. Okay. Dann ist hier Eisenerz drin. Da unten ist dieses geschmolzene Eisen. Das Ganze läuft. Und ich könnte jetzt... mir hier kurz die Fackel nehmen. Kann ich die hier dran anzünden? Ne. Genau hier dran kann ich sie nicht anzünden. Und mir fehlt es jetzt auch an Blättern. Um die zu trocknen. Und hier Sachen herzustellen. Also werden wir hier mal ein paar Blätter platt machen. Nehmen wir gleich mehrere. Hier zum Beispiel. Die noch. Okay. Super. Lagt da einen Stein rum, oder? Ach. Komm schon. Der liegt jetzt da irgendwie zwischen den Blättern. Die noch nicht weg sind, glaube ich. So, jetzt sind sie weg. Noch ein kleiner Stock. Den nehme ich natürlich auch mit. So, Stein nehmen wir mit. Perfekt. Einmal zurück nach unten. Kleine hier ablegen. Fertig. So, das arbeitet. Blätter wird noch ein bisschen dauern. Und wir haben keine andere Möglichkeit, gerade an getrocknete Sachen ranzukommen. Außer wir finden natürlich irgendwo ein Nest oder so. Hm. Noch mal gucken. Ich höre irgendwas auch immer hier. Weiß nicht, was es ist, aber es hört sich irgendwie gruselig an. Hm. Okay, wir könnten mal unten hier zum Beispiel dieses Teil füllen. Mit Lehm. Dann haben wir wenigstens, äh, machen wir irgendwas Sinnvolles mit der Zeit gerade. So, eins. Jetzt müssen wir erstmal gucken kurz. Wir haben schon wieder irgendwo uns Blutegel eingefangen. Schauen wir mal, wo die sich befinden. Hier sehe ich gerade keine. Ah, da ist einer. Ah, nur einer. Okay. Sehr gut. So, Lehm. Hier bräuchten wir jetzt Asche, die wir derzeit nicht haben. Wir können aber auf jeden Fall den Lehmofen mal aufmachen. Hier haben wir ganz viel Holzkohle drin und auch Asche. An der Seite sind auch noch Asche-Teile. Okay. Kann ich nämlich die Asche hier auf jeden Fall reinpacken. Es regnet auch gleich, damit sollte sich das dann füllen. Und mich hier schon mal kurz waschen. Wobei, wir hätten auch gleich die Dusche testen können natürlich. Egal. So, hier läuft unser Ofen weiter. Die Frage, ob wir hier schon... Können wir nicht mehr reinpacken, ne? So eine zusätzliche Dose oder so geht, glaube ich, nicht. Ne. Okay. Kann man nicht vorbereiten. Können aber natürlich was trinken. Und können auch hier jetzt den Rest ein bisschen auffüllen. Ich nehme mal hier raus. Das hält sich noch drei Tage. Das hält sich nur zwei Tage. Und ist Klapperschlangenfleisch. Nehmen wir mit. Dann esse ich mal eine Banane. Eine Nuss. Und ein bisschen was von der Klapperschlange. Und dann sollte hier alles wieder aufgefüllt sein. Naja, bis auf die Nüsse sind nicht so viel. Okay. Trinken noch was dazu. Und wir gucken mal hier drüben bei der Dusche rein. Ja, die ist jetzt noch nicht mal zur Hälfte voll. Aber dauert anscheinend seine Zeit, bis sich der Trog da oben richtig gefüllt hat. So, hierfür für unsere Unterstände bräuchten wir Palmenblätter. Dann haben wir noch ein Bett. Okay. Verbände und so weiter ist klar. Ich gucke mal hier durch. Wir hier noch irgendwelche Sachen haben, die wir sinnvollerweise bauen würden, könnten. Steinringen. Steinringen. Im Ofen. Die Teile sind klar. Da ist aber auch nichts Neues hinzugekommen. Pisten. Also wir haben jetzt eigentlich auch alles gebaut, was es hier gibt. Wir könnten jetzt mal schauen. Da drüben. War schön hier, oder? Mit dem Mond. Ah. Super. Unsere Dusche ist jetzt ein bisschen über die Hälfte voll. Sehr schön. Geschmolzenes Eisen. Ah, jetzt ist das Eisen hier fertig. Das kann ich wegnehmen und kann dafür jetzt hier unten eine Dose reinpacken. Und dann quasi mehr von diesem Eisen schmelzen. Okay, Kohle haben wir hier drüben auch noch liegen. Immer Eisenerze. Ich kann mir hier auf jeden Fall mal zwei Stück Kohle mitnehmen. Die werde ich hier vorne nämlich brauchen. Eins. Zwei. Dann schmilzt das hier unten weiter. Hier neben liegen noch die anderen Dosen. Guck mal, ob hier drüben noch irgendwo Dosen rumlagen, die unbenutzt sind. Die sind ja hier noch ungeöffnet. Okay. Guck mal, und hier drüben haben sich schon wieder leere Dosen angesammelt. Spawn die hier neu? Kann sein. Nehmen wir jetzt mal alle weg. Dann weiß ich es beim nächsten Mal mit höherer Wahrscheinlichkeit. Aber ich glaube, wir haben die mal alle weggenommen, oder? Und hier drüben hingelegt. Nämlich neben diesen Ofen. Der Müllplatz hier. Gut, dass wir die jetzt einschmelzen. Liegt hier nicht so viel Müll rum. Muss ja nicht sein. Boah, wir gucken uns mal hier um. Hier ist alles so weit, so wie ich mir das vorstelle. Was ich auf jeden Fall nicht machen kann, ist... Ist gar nicht hier drin, ist bei Leben, ne? Ist diese Teile bauen? Ne. Das hört sich so an, als wäre hier draußen jemand, oder? Guck mal... Guck mal... ...mich um. ...sehe aber niemanden und nichts. Alles gut. Okay. Und dann wäre ja die Frage, ob wir am nächsten Tag irgendwie weiterziehen. Wie spät ist es? Ah. Ist schon ganz schön spät. Äh, Quatsch. Ich habe auf die falsche Uhr geguckt. Das gibt es ja nicht. 5 Uhr, irgendwas. Okay. Das heißt, ich haue mich wahrscheinlich kurz aufs Ohr. Oder ich könnte vorher schon mal was zum Mitnehmen packen. Ist doch vielleicht eine bessere Idee. Ich packe mal hier unten. So, jetzt habe ich hier 30% drinne. Der ist leer, ja? Okay. Also ich fülle mal unser Wasserteil auf. So, jetzt ist es voll mit sauberem Wasser. Wir trinken hier noch einen Schluck. Und dann hauen wir uns aufs Ohr. Schlafen bis zum Morgengrauen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal los. So. Morgengrauen. Wir nehmen uns ein bisschen Chips und, ähm... Boah, nee. Ich lasse die Sachen hier. Ich nehme Fleisch mit. So, das ist jetzt fertig. Hier nehme ich noch eine Dose und packe die da unten rein. Das kann ja ruhig ausbrennen. Das ist kein Thema. Okay. Okay, passt. Geschmolzenes Eisen packe ich drüben in unsere Kiste. Nehmen dafür noch hier auf jeden Fall Fleisch mit. Das kann ja nicht schaden. Unten habe ich diese Chips. Das ist auch gut. Das ist eine Ei. Nehmen wir einfach mal mit. Schadet auch nicht. Okay. Was wir noch brauchen könnten, wären, äh, eine Kokosnuss. Ich glaube, hier lag doch eine, oder? Geht's weg? Ich habe doch eine Kokosnuss beim letzten Mal. Gut. Okay. Ist auch nicht so tragisch. Nehme einfach eine von denen mit. Die haben wir hier gesammelt. So, und jetzt sind wir hier einmal voll, was das Thema anbelangt. Das ist gut. Haben da noch was zu essen drin. Und würden jetzt einfach mal gucken, dass ich was trinke. Der Rest ist aufgefüllt. Wir werden einmal abspeichern. Ja. Und dann ziehen wir mal los. Und gucken mal, wo wir vielleicht irgendwie ein kleines Zwischenlager aufbauen können. Guck mal, hier gibt's noch lecker Pilze. Nehmen die mal mit. Die füllen ja auch Energie auf. Und dann ziehen wir mal Richtung Ruhe auch immer hin. Wir sammeln aber auf jeden Fall hier so ein bisschen Stöcker und Stöckchen ein. Die werden wir nämlich brauchen für unser Lager. Jetzt können wir einfach essen, würde ich sagen. Zack. Schauen, ob wir das überhaupt alles so schaffen. Oder ob wir uns irgendwie die Beine brechen. Oder ob eine Klapperschlange uns beißt. Wenn wir alles noch rausfinden. Mal kurz was anderes schauen. Einen Moment. So, okay. Okay, das war ein Tarp hier. Würde ich doch sagen, wir können... Ne, da hoch ist schlecht. Wir gehen hier unten am Wasser lang. Ach, guck mal, hier liegen noch Nüsse. Ich hab doch beim letzten Mal schon geguckt, oder? Da lagen die noch nicht da. Die sind anscheinend runtergefallen. Dann kann ich doch auf jeden Fall mal eine von diesen Nüssen essen. Weil so viel haben wir jetzt gar nicht mehr, ne? Ah. Okay, dann lassen wir das mal erstmal so. Was ich nicht hätte mitnehmen müssen, wären natürlich die Maden. Keiner Stock. Hier ist eine Kokosnuss. Guckt mal. Oh. Macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Wieso habe ich eine Fackel mitgenommen? Ach, Mensch. Was mache ich denn? Oh. Zack. Nehmen wir eine Kokosnuss mit. Und versuchen dann, würde ich sagen, hier hoch zu kommen. Also versuchen ist ja gar nicht so schwer. Oh. Dann sind wir hier... Oben... Drauf. Hier hatten wir ja schon mal überlegt, ob wir hier ein Lager errichten. Ist mir aber zu nah am alten Lager, als dass das Sinn macht. Einzige Überlegung wäre hier... Dass man es hier hinbaut, um so eine Art kleinen Zwischenstopp zu haben. Aber ich glaube, das lohnt sich hier noch nicht. Gehen mal weiter. Räuchen mal ein bisschen. Guck, hier ist so ein Weg. Können natürlich einfach diesem Weg mal folgen. Und uns... Äh... Umgucken. Hier links sind diese Mangroven. Und hier geht dieser Fluss, der führt dann da vorne wieder raus. So ein bisschen... Weiß ich nicht... Rechts von unserem Lager quasi. Da kommt der an. Und jetzt hier aber quasi... Einfach mal dem Weg folgen. Damit wir nicht die Orientierung auch verlieren. Hier liegen aber viele Sachen rum. Ganz viele Stöckchen und Stöcker. War das ja an sich erstmal nicht schlecht. Mal gucken, dass wir den Weg nicht verlieren. Der hört ja immer mal auf und fängt dann wieder an. Also wird unterbrochen von irgendwie Urwald. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier der Weg weiter ist. So ein... Wie so ein Felsen hier auf der linken Seite. Welche Richtung gehen wir denn gerade? Südosten? Müsste doch eher so Nordosten sein, oder? Also von der Richtung her würde ich jetzt sagen. Liegen Maden rum. Hier ist so ein Tor. Ist ja interessant. Hier ist ein Papagei. Den nehmen wir mal mit. Oh oh. Da ist eine Schlange. Okay. Schlange haben wir. Okay. Sammeln einmal. Guck mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Wir gehen hier durch so ein Tor durch. Guck mal, das war so grob die Richtung. Jetzt gehen wir mal Richtung Norden. Keine Ahnung, wo wir sind, wo wir gerade hinkommen. Höre auch nichts. Gibt ja irgendwo so ein Anaconda-Gebiet oder so, habe ich gehört. Oh Gott, hier sind irgendwo Menschen. In die Richtung. Vielleicht sollte man doch eher wieder zurückgehen. Und uns vielleicht hier auf der anderen Seite von diesem Gebiet halten. Ah, ist die... Nicht, dass die Schlange hier jetzt wieder gespawnt ist. Ne, so schnell geht das nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Welche Richtung ist das jetzt? Südosten. Gott. Weiß nicht. Ich glaube, wir verlaufen uns so. Das ist doch eine Art Lichtung vor uns, oder? Gucken wir uns das mal an hier. Oh mein Gott. Das war knapp. Puh. Die Schlange habe ich nicht gesehen. Und ob man hier dann campen sollte, ist halt auch die andere Frage. Wenn hier so eine Schlange direkt spawnt. Dann haben wir uns einen Blutegel irgendwo eingefangen. Den werden wir aber gleich mal... ...entfernen müssen. Sonst passiert uns hier noch was. Da ist es. Da. Okay. Gut. Also die Lichtung eignet sich wahrscheinlich nicht perfekt. Mal, ob man hier drüber irgendwie... Ah, hier ist die Straße wieder. Okay. Die hier oben jetzt irgendwie durch so einen Baumstamm führt. Steine. Alle möglichen Sachen. Okay. Wir gehen mal weiter. Hier ist irgendwie so eine Art Erdrutsch gewesen. Mann, Mann, Mann. So, wir werden dann beim nächsten Mal schauen müssen, dass wir hier irgendwo ein Lager finden. Kommen wir hier hoch. Nicht wirklich. Oh, ein Minigürteltier. Oh, hallo. Nein, wir lassen dich in Ruhe. Keine Angst. Wir haben genug zu essen dabei. Genau, wir schauen beim nächsten Mal, dass wir hier ein Lager finden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut.